Darf ich Sie kurz fragen, wie gefällt es Ihnen? Weiß ich nicht, ich hätte mir einen Imitator vorgestellt, also mir gefällt es nicht. Ganz schlimm, wir gehen nach Hause. Das ist eine Frechheit, ist das wirklich wahr? Aber schwerer jetzt gesagt. Ja, ich habe mir was Besseres vorgestellt. Ja, dass da so ein Imitator kommt und... Ja. Die schöne Musik so verunstaltet, schade. Nee, aber wenn hier Shelvis gewesen wäre, dann wäre es in Ordnung gewesen. Ich sage mal ganz ehrlich, Shelvis hätte das Publikum weitaus mehr begeistert. Darf ich Sie kurz fragen, wie gefällt es Ihnen? Weiß ich nicht, ich hätte mir einen Imitator vorgestellt, also mir gefällt es nicht. Ganz schlimm, wir gehen nach Hause. Das ist eine Frechheit, ist das wirklich wahr? Aber schwerer jetzt gesagt. Ja, ich habe mir was Besseres vorgestellt. Ja, dass da so ein Imitator kommt und... Ja. Die schöne Musik so verunstaltet, schade. Nee, aber wenn hier Shelvis gewesen wäre, dann wäre es in Ordnung gewesen. Ich sage mal ganz ehrlich, Shelvis hätte das Publikum weitaus mehr begeistert. Ja.